Da zeige ich Ihnen noch, was sonst noch so alles in London passiert ist. Kommen wir jetzt aber erstmal zu unserem deutschen König. Denn auch wir haben einen König. Und wo lebt der? Natürlich in Bayern. In Bayern lebt unser König und der trägt zwar keine Krone, wirkt aber manchmal genauso inzuchtsgeschädigt wie so ein Hochadliger. Und mir ist aufgefallen, immer mehr Politiker versuchen ihre inhaltslosen Reden durch komische Geräusche oder Formulierungen aufzupimpen. Hier mal die Zusammenfassung von Söders Rede vom letzten CSU-Parteitag. Nein, nein, nein. Verbot, Verbot, Verbot. Bla, 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 bla. Schön, das höre ich eigentlich immer. Versucht die CSU jetzt mit Comicsprache irgendwie eine neue Zielgruppe für sich zu entdecken? Oder muss man so reden, damit man die bayerische Landbevölkerung inkludiert? Die verstehen nur Geräusche, verstehen Sie? Torsten, kannst du uns da vielleicht weiterhelfen? Du hast ja Kontakte in dieses Bundesland. Ja, ich glaube, irgendwo da draußen gibt es einen Politikberater, der versorgt unsere Politiker mit Reden, die er eins zu eins aus einem Batman-Comic abschreibt. Bumm, beng, krawumm. Und was macht Robert Habeck? Ja, der redet wie immer frei von der Leber weg. Und hintenrum wird er immer emotional. Achten Sie mal drauf. Das Wegducken vor einem Problem macht es nur größer. Wollen wir diejenigen sein, die trotz besseren Wissens sich in die eigene Tasche lügen? Dann gehe ich raus. Dann gehe ich raus. Robert Habeck ist immer beleidigt, ne? Der ist immer beleidigt. Den könntest du das tollste Geburtstagsgeschenk geben. Er sagt, ja, ist okay. Dann nehme ich es halt. So sieht er aus, der grüne Mafia-Boss. Vor allem, wo ist er jetzt raus? Meinte er, raus aus dem Saal, raus aus der Partei, raus aus dem Clan-Ministerium. Wir wissen es nicht. Bei GNTM, da lief eigentlich immer alles wie immer. Jungfrauen, mit zu wenig an, wird vorgegaukelt. Sie könnten vielleicht demnächst Model werden. Und anscheinend glauben die Mädels das selbst nicht mehr und greifen zu, wenn ich es nicht besser wüsste, Lenore oder härteren Sachen. Ich brauche es gerade. Ich habe meine... Ich habe meine Wust rausgehauen. Ich brauche unbedingt das Oberteil für nächste Sendung. So viel gute Laune halte ich nie aus, ey. Sie sind ja schlimmer als die zugegucksten ADHS-Moderatoren vom Frühstücksradio. Da willst du auch nur noch in die Leitplanke fahren. Vor allem, was will die jetzt werden? Will die jetzt Rapperin werden? Will die wirklich Rapperin werden? Ich will Rapperin werden. Wahrscheinlich wie er hier. Gangster-Rap, da bin ich dabei. Ich habe die Rapperin gele digging in die Leitplanke. Außerdem blühen wir den Laufen weiter. Vielen Dank.